An diesem Album gibt es nichts zu bekritten, ein Berg, welches sich erstreckt über insgesamt 17 Titel, also geh raus, hol dein Geld, bestell die CD, sie ist erhältlich aus der Order, es hängt in den Punkt.at Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ich schreibe, als hätte ich acht Arme, liefer dir ein unglaubliches Werk, welches heller strahlt und dir den Weg weist wie der nautische Stern. Dein Rapper erinnert mich an Michael Jackson, er lief auch so verkehrt, um heiße Scheiben zu produzieren, bräuchtest du klauen einen Herd, ich geb deinem Leben wieder Sinn. Schreib ein paar Rhymes auf das Blatt, diese Zeilen sind für die Ewigkeit bestimmt versprüht hin, denn man könnte meinen, dass sie sehbehindert sind. Am besten, du nennst mich Paul, denn ich weiß, wer dieses Game hier gewinnt, denn außer mir besteht es aus Losern und ein paar Kleinkriminellen, die ohne Mami nicht schaffen, meine Entscheidung zu fällen. Sie strengen sich an, um mit aller Kraft was auf die Beine zu stellen, während ich jetzt einfach aus dem Bauch rausmach, so wie bei Kaiserschnittsfeld. Was du hier hörst, ist ein echt teuflischer Rapper, Herz gegen Fame, komm schmeiß es weg, denn ich hab mich deutlich verbessert. Also bitte geh raus, hol dein Geld, bestell die CD am 12. Dezember, bevor am 21. die Welt untergeht, Notiz an mich.